also also hallo leute ich möchte mal jetzt was sagen das leben hier in ankara zu leben ist so wie wie tot und friedhof zugleich ich habe heute ich habe ich bin zu eben jetzt eben zur bus zur bushaltestelle gegangen und ich musste eine dreiviertelstunde warten auf dem bus ja das mit dem hubschrauber nach hause zu fliegen das das war schon was bloß ich musste noch auf dem bus warten mit dem hubschrauber bin ich da geflogen aber ich muss jetzt auf dem bus eine dreiviertelstunde warten und das war wie die hölle auf der erde so und ich gehe jetzt nach hause ich habe jetzt gleich eine minute um und natürlich natürlich werde ich mir eine cola gesäufe erst mal kaufen oder erwerben profitieren oder was auch immer ich bin jetzt gerade unter der brücke eben durch die unterführung bin ich durchgegangen und ich gehe weiter am hirn so ein bagger ist das hier neben mir seht ihr ne so und ich gehe jetzt weiter noch übrigens da ist ein taxi den fahrer kennt meine mutter alle zusammen und ich hoffe ich werde jetzt gleich auch mal nicht hier sehen so viele türken gibt es hier in der türkei noch mehr so insgesamt gibt es ja auch auf der welt 100 million von diesen türken zwischendurch drehe ich mal ab weil mir ein ist hier in türkhausen nicht nicht so sehr passt da da bekomme ich die krise und ich sage dann immer wieder euch muss man irgendwie alle vergasen übrigens mein onkel adolf der hat das richtig gut gemacht man die breiten hintern du bräuchtest nur eine pernbedienung alter so eine scheiße ist aber wahr so ein richtiges klötzchen ist das so und weiter ich weiß nicht wie ich weiß nicht wie wie viele kilometer ich heute gegangen bin aber bewegung tut gut und ich muss auch abnehmen da ist axol hier ist kassab mann oder fleischerei ist das so ich gehe noch weiter bevor mich die scheiß juden hier in der in türkhausen abziehen ziehe ich die juden ab das ist doch voll besser so wer so sagt hat noch sehr viel zu tun laut aussage von irgendeinem deutschen kartoffelfresser so und diese hauptstadt die ändert sich von tag zu tag also ich habe letztes jahr die türkei am 4 dezember verlassen und dann war ich am 17 bzw auf den 18 januar wieder in ist hausen ist hausen bull nein ist hausen an bull weil ich eine nacht lang und dann musste musste ich da irgendwelche sachen abholen bloß ich war da geschäftlich da und war schon spaßig die zeit also ich schille nur mein leben und überall ich bin nur am leben chillen jodo das tut euch gut du wenn ich kann nicht mehr alter ich bin voll saumüde kaputt bin ich aber ein bisschen geht ja noch so ich rufe jetzt mal meinen chauffeur an nein oder ich rufe meinen ich navigiere meinen bugatti nein nicht bugatti bugatti ist auch hier bloß ich mach mal jetzt navi dass der dass meine audi a9 mich abholen kommt moment mal muss man gerade mal telefonato machen drücken so so eine runde telefonato mit meinem audi a9 hallo wenn auch mir gerne bilden müssen so 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 fellowship oder beklemmen hat auch die tschüss brenz und am bestafer so ein gäbe lissen jane hatte hatte so ich habe mit meinem audi a9 telefoniert also die autos sind die autos können auch antworten das war mein ja der kommt mich gleich in 10 15 minuten hier gleich abholen so ich bin jetzt ich bin richtig erledigt heute endgültig erledigt erledigt wenn das halten sie sich fresse das ist der spruch von kuma simpson und landers so und dann gibt es diese nacht sehr viel zu tun jetzt gleich gibt es sehr viel zu tun nein für meinen fuß kippt immer wieder um mein linker fuß man der krankhaft ist der krankhafteste fuß den ich habe aber wie gut dass ich vier sprachen auf einmal beherrschen türkisch deutsch habe ich ja alle was heißt denn jachs auf arabisch oder auf deutsche übersetzung ja das bist du jachs das heißt nämlich isle oder und aramisch kann ich auch ein bisschen polnisch kann ich auch spiel dabei ich gehe mal hier zu freunden oder nie niemand ist das niemand niemand ist sahn niemand ist moderate niemand hiss niemand ist sahn niemand schluss mit den videos oder ich mache heute noch ein video nachher heute nacht heute abend oder so was und dann tschüsschen küsschen und abonniert meinen channel und macht den daumen hoch tschüsschen küsschen